Entzündet alle vier Bandfeuer mit den Flammen Zarras und haltet sie. Die Flammen manifestieren sich in den dunklen Kristallen im ganzen Land. Die Bandfeuer des Wächters erlöscht nur dein Flammenwesen Zarras vom alten Tempel und entzündet damit die Bandfeuer bei den Kristallen neu. Ja, kann ich noch eins gleich rufen? Nö. Gebt euren Befehl. Hier hat es sich ein Schatten weit verlaufen. Ah, was könnte ich rufen? Noch ein Klicks, ja. Meister, ein Überfall auf die Stadt! Hexenmeister. So, das war das erste Bandfeuer. Jetzt dürfte ich ein Neuen rufen können. Auf meinen Befehl. Der, immer noch nicht. Für die Ehre. Für die Macht Norrs. Ah, doch, jetzt ist ein Neuer aufgetaucht. Äh. Geht mal da unten hin und... Die Schlacht ist nahe. Ihr bewegt euch weiter. Lassen wir sie nicht warten. Weil hier haut sie langsam alles kaputt, was ich nicht so gerne hätte. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Ihr geht mal dahin. Für die Macht Norrs. Norr wird uns rächen. Da brauchen wir noch ein paar Schattenklingen raus. Da kommt Angriff auf meine Stadt. Wir sind der Tod. Ein ehrloser Hinterhalt. Norr wird uns rächen. Man merkt, Kriegsherren nicht stark. Flamme unterwegs. Okay. Die brennt noch. Und der Tod. Geht euren Befehl. Für die Macht Norrs. Die Schlacht ist nahe. Weiß doch. Ein Überfall auf die Stadt. Ach, sie tun mir weh. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. So, ihr dacht da. Ah, noch mehr von denen. Also Schattenklingen. Geht weg. Lasst mich in Ruhe, was ihr wünscht. Mein Herr, habt mit euch eine gute Wahl. Lasst uns kämpfen. Da kommt sie jetzt im Ausstieg durch. Ähm. Ist das schon wieder ausgegangen, oder was? Nee. Er ist noch gar nicht da gewesen. Gut. Wir sind die Schlacht ist nahe. Oh, zur Hölle wollt ihr hin. Lassen wir sie nicht warten. Ein ehrloser Hinterhalt. Gut. Äh, nächste Flamme. Ja, ja. Kennen wir die Rotschrift berühren. Fläppchen. Lassen wir sie nicht warten. Endlich. Für die Macht Nors. Äh. Nors ist mit uns. Ein feiger Angriff. Wir sind der Tod. Silbern glitzert der Tod. Der Tod ist nur der Anfang. Nors wird weiter auf sie ein. Für die Ehre. Silbern glitzert der Tod. Ja, das ist halt das Thema, was es verdammt anstrengend macht. Wir sind der Tod. Ein feiger Angriff. Nors ist mit uns. Aber langsam peddelt es sich wohl ein. Das brennt noch. Sie belagern unsere Stadt. Gott, das gibt XP bis zum Geht nicht mehr gerade. Die Linien dürfen nicht brechen. Gebt Silbernbefehl. Blitzert der Tod. Ein feiger Angriff. Ein feiger Angriff. Ja. Lasst uns kämpfen. Bald sind sie wieder in unserem Bann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, so lange zu warten, bis wir das Level abhaben. der Tod ist nur der Anfang. Der Tod ist nur der Anfang. für die Ehre. Für die Ehre. Ruhm und Ehre. Ein feiger Angriff. Ich meine, ja, das sind gut XP gerade. Das sind echt gut XP gerade. Nor wird uns rächen. Nor wird uns rächen. Für die Macht Norrs. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien dürfen nicht brechen. So, Gott, du hast echt zwei gute Level-Ups auf. Lass uns kämpfen. Vorwärtskrieger. Die Linien dürfen nicht brechen. Was ich echt gut finde. Für die Macht Norrs. Norrs. Ruhm und Ehre. Gut, sie will spawnen jetzt langsamer, aber wir sind eh kurz vor Level-Up. Von daher. Schließ die Reihen! Okay, ich glaube, die Elementare, die ist in Ordnung von selber einfach. Okay. Du brennst noch. Du brennst noch. Du brennst auch noch. Gut. Das ist das, was ich erreichen wollte. Wenn ich dich auf neun bringe. Okay, das könnte echt ne Weile dauern, dich noch auf zehn zu kriegen. Nämlich zwei Level. Auf wie viel brauchen wir dich? Brauchen wir dich auf zehn oder auf elf? Elf brauchen wir dich. Das heißt, alles, was ich jetzt an Leveln kriege, geht in Stärke und Ausdauer. So, nein, erst mal. So. So. Norr ist mit uns. Eure Gegenwehr ist vergebens. Zerstört die Quellen der Schatten. Wenn ihre Verstecke vernichtet sind, müssen sie in das Schwerf zurückkehren. Für die Macht Norrs. Silbern glitzert der Tod. Da kommt wieder ein Angriff von Stair Richtung. Norr ist mit uns. Da kommt das Feuerelementar. Meister, ein Überfall auf die Stadt. Alles, was ihr wünscht. Ja, ich muss zugeben, ich habe gerade keine Ahnung. Also, ja. Große Klingwaffen und schwere Rüstungen sind so das nächste Level. Ja, dürfte sich ausgehen. Oh ja, cool. Das können wir so eintragen. Am Ende möchte ich ja so eintragen. Will ich das wirklich? Ich würde 10 Stärker einbüßen. Nee. Für 15 Rüstung nicht unbedingt. Vier Level habe ich noch. Also 26 die. 27 die. Und 28 auch die. Okay. Sollte irgendwie hinhauen. Ihr seid jetzt am Bannfeuer jetzt wieder... Ein ehrloser Hinterhalt! ...wieder ausgegangen. Eigentlich nicht. Äh. Oder habe ich ein Bannfeuer irgendwo übersehen? Das könnte da... Ich glaube, ich aber irgendwie gerade nicht. ... Ja, ihr zittet alle vier Bannfeuer mit dem Flammzarrus und haltet sie. Brennt. 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 Re 영상. isteniging. tastes aus. Besի.